Wenn das dann in der nächsten, beim nächsten Versuch noch mehr werden und dann irgendwann unendlich viele da sind. Ich weiß auch nicht, wovon ich den Monster Schaden gerade gekriegt habe, ob die das waren oder irgendetwas anderes. Ja, gucken wir mal. Kriegen wir schon noch hin, hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade in meinem Gedächtnis am Wühlen, aber es ist zu lange her. Können wir das schaffen? Nein. Nein. Das wird super. Wer hätte nochmal diese grandiose Idee? Ähm, du? Shit. Der Kegs? Ja. Of the Universe? He-Man? Der Gilden-Chef? Hm. Immer-Chef. Wenigstens haben wir die Instanz größtenteils gelehrt. Hm. Dass wir kaum noch was pullen können. Komm mal, Kiste, 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 Kiste. Und wir kommen jetzt an der Uhrflechte vorbei, die ich vorhin nicht aufbauen habe. Komm, komm, komm. Komm, Bombs. Bremst mal ab. Nöööö. Nee, die muss respawn sein, die habe ich vorhin gepflückt. Finde ich gut. Umso besser. Die ist auch respawn. Ja, komm nicht auf den Gedanken, wir wollen das jetzt noch ein paar Zichtmal durchmachen, damit du deine Uhrflechten kannst. Das hat auch schon eine Vorteile, ne? Ja. Wenn jetzt noch die Erze respawn werden, wäre super. Aber nö. Die Kräuter respawnen hier sowieso sehr schnell, das ist mir schon mal aufgefallen. Die Erze aber auch. Von 10, 15 Minuten sind die Erze wieder da. Echter Knaller. Früher hattest du eine respawnzeit von einer Stunde der Erze hier auf dem Server. Ja. Inzwischen ist es... Da brauchst du dich auch nicht mal wundern, warum die Erzpreise zum Keller sind. Ja, du kannst dich echt pflücken und dann setzt du dich daneben und wartest. Ja, genau. Das geht. Ach siehst du, da ist tatsächlich ein Erz respawn. Warum seid ihr schnellartig? Da hinten ist auch eine Ohrflechte. Weil du abgebremst hast unterwegs. Du hast doch auch gebremst, als ich gepflückt hab. Ja. Hm. Ich hab größere Füße. Guck dir deine Latschen an, guck dir meine an. Ich bin untot. Ich pflück mich auseinander, werf mich vorne hin und füge mich dort drüben dann wieder zusammen. Ah, okay. Äh, ist sowas, ich sehe noch da. Babs? Ja? Siehst du was wie sie? Ja, die Lehrlinge, das ist ja das, wovon ich geredet hab. Ja, aber die stehen da jetzt. Ja, ich weiß. Das ist das, wovon ich geredet hab. Da ist sie gut aus. Ja, eventuell kann man die Lehrlinge ja einzupullen. Ja, eventuell. Ich bin am Essen. Mach das. Nein, nicht Gekse. Ja, das auch. Hm, gute Idee. Muss mir nicht alles nachmachen. Ich brauch keine Papagei. Ich hab nur noch acht Tränke. Und eine Rolle der Stärker. Ah, das macht doch hier nichts. Ami hat auch seine Flaschen alle dabei. Aber keine Kräuter dafür. Und wasseratmung. Ja, genau. Und ich kann dir noch Wasser wandeln geben. Oh, toll. Verflucht. Ich hab mein Schum, ich hab mich aber nicht unter Wasser, sodass ich auch nicht unter Wasser atmen brauchte. So, können wir dann? Weiß ich, ob du kannst, aber... Go. Au, der tut ja weh. Hm, der macht ordentlich, der Mensch. Dafür, dass es nicht mal einer mit ein Ding ist. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hab gesagt, komm, ist scheißegal, ob die es losgeht. Dann versuche ich, die anderen hier auch nochmal zu pullen. Ich hoffe, dass es klappt. Ja, natürlich. Das können wir aufgrund von Bugs leider im Moment echt knicken. Nö, dann würde ich sagen, vorschlagen, wir machen das begleiten. Wer ist denn denn? Genau. Dann kommen wir zum späteren Zeitpunkt wieder. Und nehmen unsere furchtbare Rache. Das ist halt leider einer der Bosskämpfer, die halt zu dritt so unmachbar sind. Sieht ganz so aus. Aber der hat da gerade jetzt irgendeinen Flächenschaden gemacht, oder? Oder wir laden Kaiserwodka ein. Die Überlegung hatte ich gerade auch schon. Ach guck, er fragt sogar gerade. Ich brauche die Hefe. Ich glaub's auf den Bolzen. Bio und Hefe. Ja, okay, die brauchen noch ein bis zwei Minuten. Nexus ist er, okay. Ja, das ist auch so weit. Weißt du, in Nordend, wenn du da Random-Inni gehst, du kommst am Anfang sowieso immer nur an Burg Uttgarda. Und bis Level 80 kommst du fast nur an Nexus. Deswegen war ich da so oft drin. Ja, das ist schlimm. Das ist aber auch auf dem Office so. Ja, ja, ich meinte jetzt auch auf dem Office. Das ist, das ist, nee. Also, wirklich, nee. Also ich weiß, ich bin fünf Millionen in meinen Nexus gegangen. Aber warum, hätte ich jetzt nicht sagen können. Da ist eine Urflechte wieder. Schöner Respawn. Gefällt mir. Dürfen wir ihn erschießen? Nö, wieso? Urflechte, Schuppenflechte. Gar keine Flechte. Nee, Schuppenflechte nicht. Ich hab auch keine geflechteten Haare. Na und? Ich hab Rastalongen. Plattgefahren. Mein Beileid. Nö, dein Bein tut mir nicht leid. Keine Angst. Ja, meins mir auch nicht. Ähm, ja. Hier stehen die ersten Mobs wieder. Ja, komm doch durch. Ja, ich glaube, ja. Die, die da am Rand stehen, standen da sowieso. Ach, der? Oh. Ja, nee, doch, doch. Ja, ist richtig. Die stehen da sowieso. Die haben wir stehen lassen. Echt? Ja. Echt und wirklich. Okay. Also, die Gerochung. Kiste, 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 Kiste. Ey, der Respawn ist echt gut. Der ist da vorne, der liegt schon wieder da. Der beschwertig. Nö. Okay. Schreib Ticket. Was für eine Sauerei ist das? Die Pflanzen wachsen wie Scheiße. Du machst dich da irgendwie nicht. Ähm, ihr müsst mal rausgehen und ihn ranholen. Echt? Oh. Hortstein. Okay. Geh du schon mal sterben? Kannst du nachkommen. Er kriegt denn die Arnie. Du machst das auch gerade das Richtige, ne? Ja. Ja. Was denn? Schickst du den Armin mit nach hinten? Der sabbert wieder gleich von wegen Flechte, Flechte, Flechte. Geil. Ja. Ja. Und? Ja. Der kriegt hier seine zwei Sack noch voll. Längst rüber. Ja, passiert. Shit happens und so. Wo ist das Problem? Würdest du dich nicht auch darüber freuen? Nein. Aber die wirklich alle stehen lassen, so viele Wandertor nicht. Doch. Ein Tuch? Echt? Ja. Siehste, da hätten wir jetzt sogar der Maid, der jetzt auch das Essen Carsten könnte. Ja, das wäre nicht schlecht. Nein, das Essen heißt nicht Carsten. Ich wollte gleich fragen, was hast du hier schon mit Carsten? Nee, das sind Kekse. Und das Erz hier vorne ist wieder respawnt. Hier haben wir noch nicht Heideleder. Oh. Er ist schon in Wälder von Terrorcar, also fast lohnt es sich nicht mehr, ihn zu porten. Ja, super. Haben wir genauso lange zum Rauslaufen gebraucht, wie der zum Hinfliegen wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Brauch's nicht. Wie, brauch nicht? Ist schon da? Ich hab den Bug ausgenutzt. Ach ja. Bug-User. Ich wollte nur, dass du mitkommst, wenn du das halt vorwegläufst. Und jetzt fliegt er noch rein, dass er schön viel schneller ist, als ich da heute drin. Ja. Wer kann, der kann, ne? Ja. Ja, dann Ogo, Ogo, hier. Nicht jeder ist schon fünf Nase. Wer schickt mir ständig Nachrichten? Ich nicht. Nee, YouTube. Kriegst du so viele Kommentare? Na, anscheinend heute ja, keine Ahnung. Das ist doch gut. So, mal sehen, ob Kaiser Wodka jetzt auf Anhieb die richtige Indie wählt. Oder ob aus irgendeinem Grund jetzt irgendwo anders reingeht. Das könnte noch passieren. Also, ich hätte auch nicht sagen können, dass die im Norden ist. Carbonite sagt es ein. Ich glaube, Kaiser Wodka ist ein der Seitengänge hochgegangen. Ja, kommt runter, kommt runter. Ja. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen da lang. Ja, Pac-Man geht und da ist er drin. Und er ist drin. Ja, ich bin sehr schön. Wodka, 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 Wodka. Komm euch eigentlich nicht auf Folgen. Weil Leute, die auf Folgen gehen sind, 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 sind. Nee, das sind noch größere Kackboots als ich. Gratuliere. Jetzt läuft er in die andere Richtung, oder? Ja, das Folgen hat sich gar nicht gelohnt, weil mein Kaffee ist leer. Oh. Ich habe gedacht, jetzt könntest du schön an den Kaffee nuckeln, war nichts. Dann kannst du Keks essen. Ja, bleib dran, ich gehe da hinten hin. Hol den 9. Hol den 9, das ist eine gute Idee. Ich gehe auch nicht da lang, wo welche sind. Das kann sich nur um eine Stunde handeln. Oh, das Herz ist wieder da. Die Kiste, die Kiste, die Kiste auch. Wow. War echt so weit, seid ihr schon? Faschigierend. Aber man hat das gar nicht mit Fasching zu tun. Hey, guck mal, ich renne jetzt heiß gerade mit ihm an der Urflechte vorbei. Nächste. Und an der nächsten Urflechte vorbei. Ich bin ja ein Schwein. Ja, irgendwie schon. Aber du bist eine Kuh. Also kommt das ja nicht so ganz hin. Ich mach kein Oink, 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 Oink. Lop. Vielleicht schafft das ja bis zur nächsten Urflechte. Mal gucken. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das sagt dir gleich das. Mondgesicht? Ja. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Äh, nö. Ich hab so einen Stommelhopser mitgebracht. Ach so, ein Afkala. Ja. Und du hast ihn nicht an der Ecke festgankt. Nein, ich bin nicht. Viel zu sozial. Ja, ich weiß. Jetzt verpasst Amiga Link auch noch den epischen Bossfight hier. Ja, ich bin nicht elegant. Oh nein. So. Jetzt kommt er an. Und? Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ja, mach mal Damage. Mach mal Damage. Er macht aber schon ordentlich Damage hier. Der Boss. Mein Kaiser Wodka wird es aushalten, ne? Ist schon nicht ohne. Hey, wo ist hier der Battle Rats? Wo ist der scheiß Schamane? Der kann auch kein Battle Rats. Der holt immer noch Kaffee aus Afrika. Aber das ist ordentlich. Ja, dann bin ich wieder. Yay. Los, los, los. Battle Rats, die sterben hier gleich. Ich bin tot. Oh, ja, ich... Der Magier hat gepullt. Wo ist der denn? Ach, der er prügelte. So, ich prügel da mal ein bisschen mit rum. Heil den mal lieber. Äh, geh mal auf die Leuchtfeuer. Das eine ist fast tot. Ne, ich glaube, ich heil den wirklich lieber. Oder so. Ey, er weiß ja nicht, was ein Battle Rats ist. Hat er keine Angst dabei. Angst in der Hose, ja. Ich falle gleich selber um. Ey, du hättest dich aber hier vorne, als du rumgestanden hast, und mich retten können. Oh, nee, 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 du. Der ist echt heftig. Ja, Amiga, also, der sollt uns überlegen, muss ich ihn noch mitnehmen. Alter, jetzt unterbrechen die mich hier. Ich will ihn doch nur heilen. Dann nicht. Wir sind die Helden der Unfähigkeit. Er läuft jetzt raus. Der hat genug. Kann ich anken? Ne. Äh, Old Gothic hatte ich übrigens an diverse U-Flechten vorbeigelotst. Ja, ich lieg hier grad neben einer. Wahrscheinlich ist das, er hat das gehört, und als Dankeschön und so, von wegen mich zu ärgern. Meiner, lass mich in dem Dreck liegen. Ich fahr lieber mit den anderen. Was, der erste Fail des Tages, oder was schreibt er da? Ja. Ich glaub, das war schon ein paar. Und ich kann immer noch nicht fliegen, wenn ich tot bin, was soll das? Ja, das ist zum Beispiel auch blöd, ne? Hier steht er sehr, ganz bestimmten Gebieten dann. Später. Beispielsweise Eiskrone. Eiskrone, Heitschel, Schattenhochland später und Uldum und Tiefenheim. Ich bin drinnen. Sonst bestimmt auch nochmal in den Mobgebieten und im WOD bisher gar nicht. Da kannst du sowieso nicht fliegen. Gar nicht? Gar nicht. Außerhalb mit dem Flugmeister, aber sonst gar nicht. Wenn man da die ersten paar Level nicht fliegen kann, das ist ja normal. Aber gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Hm. Können wir vorstellen, dass wir es demnächst mit reinpatchen, weil noch haben sie ein komplettes Gebiet. Ja, nicht verfügbar. Und dass er das dann einpatchen, weil auch das Gebiet dann verfügbar ist. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich bin nicht mehr alleine. Ich habe meine Blechrüstung neben mir. Was, wo? Meine Anzeige, was kaputt ist. Ach so. Tja. Guck mal, eine Uhr vielleicht, die zerträte ich jetzt erst mal. Stellst dich so drauf und machst Slash Tanzen. Als Innschriftenkundler könntest du sie doch wirklich kaputt machen. Ja. Ja, klar. Aber ist er nicht. Er ist ja ein unfähiger Kirschner. Halt die Klappe. Musst du das der ganzen Welt erzählen? Lass mich überlegen. Ja, muss ich. Definitiv. Schön mit meinem Baumschumpfblatt gehöre, Walz. Etch, ich pflück sie dir jetzt unterm Arsch weg. Oh, eine Sau ist das. Und da hinten liegt noch eine. Ich glaube, die hier pflücke ich jetzt schon zum zehnten Mal oder so. Ja, wie bist du da, hast du schon? Deine Ahnung. Hey, mein Erz ist wieder da. Hier ist noch eine. Oh, zwei Stacks habe ich schon. Mein Erz, das meinen Namen trägt. Äh, und die sind wirklich hier aus der Indie, die zwei Stacks, ne? Ja. Oh, jetzt machst du den Shad kaputt. Pass da nicht rein. Schmeiß raus. Äh, nö. Radier's weg. Also, wir können anscheinend nicht mehr als... ...die bisherigen Leuchtfeuer töten, weil die drei... ...eins davon hat man auf jeden Fall getötet. Das heißt, drei sind auf jeden Fall immer da. Eins hatte ich beim ersten Versuch, hatte ich da ungeordnet. Wenn ihr mich nicht misspricht, wie ihr vom Alz haltet, dann wäre das okay. Aber das ist auch nicht möglich teilweise. Ne. Ja, aber irgendwas macht doch da Flächenschaden, oder habe ich das falsch gesehen? Ne, irgendwas macht doch Flächenschaden. Generell auch, wenn er sich wegportet und sowas, ist sowieso Chaos pur. Hm. Ich schieße mit seiner Kahn in Geschosse auch noch. Hm. Hm. Gut, Magierpult? Nein? Das kann ich hier nicht hören. Vibe, welche Idiot...